Sagen wir es ruhig noch einmal ganz klar und gelassen. Im Hinblick auf die Funktion von Sex in der Ehe irrt die Kirche. Der Papst hat hier nicht recht. Rainer Maria Rilke, Eros. Masken, Masken, dass man Eros blende. Wer erträgt sein strahlendes Gesicht, wenn er wie die Sommersonnenwende frühlingliches Vorspiel unterbricht. Wie es unversehens im Geplauder anders wird und ernsthaft etwas schrie. Und er wirft den namenlosen Schauder wie ein Tempel in Ress über sie. Oh, verloren plötzlich. Oh, verloren. Göttliche Umarmen schnell. Leben wandt sich. Schicksal ward geboren. Und im Innern weint ein Quell. Leben wandt sich. Marietta Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020